Musik Musik Ich darf wirklich sehr herzlich gratulieren zum zweijährigen Jubiläum dazu, dass es diesen Award heute auch gibt. Musik Der Living Culture Lady Par Award in der Kultursektion Living Art geht an Erika Bluth. Das Einzige, was ich immer gelten ließ und auch in Anspruch genommen habe, war der Umstand, ein künstlerisches Leben zu führen. Das ist das Schönste an diesem Award, das die so geehrte Künstlerin noch lebt. The Living Family geht an Karin Lepp. Der Living Culture Business Award geht an Frau Diplomkaufmann Elisabeth Kürzler. Der Living Culture Lady Par Award 2009 in der Kultursektion Living Healthcare geht an, ich glaube, wir wissen es, Christine Pumsteiner. Living Life, eine Held, Frau Barbara Kutz-Feschwurz. Ich kann Sie alle beruhigen. Ich mache jetzt keine Geschlechtsumwandlung, um diesen Ladies Award zu machen. Die Schule der Tiere, eine Tirade. Entstanden, wie gesagt, in Erberstein. Besucher streben immer Ihnen Tieren zu, die Ihnen am ähnlichsten sind. Ich würde es vielleicht genauso machen. Nur habe ich nichts, nicht einmal Freunde. Daher ist für mich diese Arbeit nahezu perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.